Mein Name ist Jan-Duker Kichle, ich bin 19 Jahre alt und im dritten Lehrjahr als Medientechnologe Siebdruck. Mein Name ist Fabian Hackmann, ich bin 24 Jahre alt und gelernter Industriekeramiker. Wir zeigen euch jetzt, wo wir arbeiten. Wie der Name schon sagt, ich steule ein Fliesenhersteller. Mein Beruf Siebdrucker ist die Aufgabe, die Fliesen in verschiedenen Druckverfahren mit Motiven zu dekorieren. Am Industriekeramiker fällt mir, dass es sehr abwechslungsreich ist, dass es viel zu entdecken gibt, da es nicht nur Fliesen gibt, sondern auch andere Sparten von Keramik wie Sanitär oder auch medizinisch-technische Keramik gibt. Ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil er kreativ ist, abwechslungsreich und es auch einfach mal was Neues ist. Das Arbeitsklima ist top, weil die Arbeiter, Gesellen, Kollegen einfach allesamt Spaß verstehen. Und wenn du Hilfe brauchst oder Fragen hast, kommen sie auch gern zu Hilfe. Wenn es euch gefallen hat, dann besucht uns doch auf unserer Internetseite. www.schöler-friesen.de